Herzlich willkommen hier in Kletterwald. Heute Portaledge Übernachtung in den Bäumen. Ich habe mir mein ganzes Equipment schon mal vorbereitet und heute haben wir vier Portaledger, die nachher mit Kaffee und Kuchen begrüßt werden. Ich habe schon ein leckeres Abendessen vorbereitet, was ich nachher noch anwerben muss, weil das sehr lange braucht. Das leckeres aus dem Touchofen. Ja, jetzt steige ich nach oben. Ich muss mir meine Pilotschnur aus den Bäumen rausholen und einmal nach oben steigen, die Aufstiegsseile einhängen, die Sicherungsseile für das Portaledge. Wenn die Gäste nachher kommen, bauen wir die Portaledge zusammen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Reinschauen und viel Spaß bei diesem neuen Film. Erstmal lernen, den Material zu verbrauchen. Und jetzt kommt das Abseil. Warte, ich mache es erst vor. Dann betätigt ihr hier den Hebel und dann kommt so wie bei der Kupplung ein kleiner Schleifpunkt und da fährt es runter. Ja, guten Morgen. Also mir geht es gut. War eine tolle Übernachtung. Gemütlich geschlafen. Tolle Geräuschkulisse. Also super Erlebnis. Macht's auch. Es ist schon einmalig. Also unter den Bäumen zu schlafen oder in den Bäumen zu schlafen. Schon interessant. Also dauert eine Weile, bis man sich daran gewöhnt hat, aber dann ist schon nett. Einmalig. Man sieht, man schläft deutlich besser, als man denkt. 1a erholt. Die Ruhe, die Gemütlichkeit dabei. Ja, einfach super. Fallen hat dieses, wie mache ich schon gesagt, an den Bäumen schlafen. Auch wenn es sehr ungewohnt ist, den Boden nicht unter den Füßen zu haben. Und vor allem diese Stille. Also wirklich wie ein Tag Urlaub ist es eigentlich, bis es mal abschaltet. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.